Ach, Freunde, ich grüße euch zu unserem Matchday-Talk nach unserem Auswärtsspiel bei Schalke 04, völlig nass geschwitzt. Das hat jetzt aber nicht unbedingt nur was mit dem Wetter zu tun, sondern das Spiel hat es auch wirklich wieder hergegeben. Wenn man aufs Ergebnis guckt, 3 zu 1 gewonnen, würde man ja sagen, souveräner Sieg. Ja, so sah es auch 46 Minuten aus nach dem 3 zu 0 von Lämperle. Aber wir sind halt auch immer wieder gut darin und das hat sich auch nicht geändert, uns dann selbst wieder hinten ein Ei reinzulegen, sehe Entstehung des Elfmeters und gab dann nochmal eine Phase in der zweiten Halbzeit, die dann echt ein bisschen kitzlig geworden ist, wo mir dann auch als Fan, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dann doch nochmal der Arsch auf Grundeis gegangen ist und wir echt nochmal Schwein gehabt haben, dass dieses 2 zu 3, dieses vermeintliche, dann doch abseits war. Ja, 3 zu 1 gewonnen, aber man muss auch sagen, mit einer gewissen Portion Glück dabei, gerade was die Tore angeht, das 3 zu 0 von Lämperle insbesondere, was fußballerisch einfach grandios herausgespielt war, es aber knapp kein Abseits war, obwohl es erst so danach aussah und dann dieses vermeintliche 2 zu 3 von Schalke, was dann aber doch abseits war. Also da haben wir dann so wirklich dieses Quäntchen Glück gehabt, aber ich glaube, das brauchst du auch im Fußball und das ist jetzt der dritte Pflichtspielsieg in Folge. Pokal gewonnen, Braunschweig gewonnen und jetzt auf Schalke. Ja, kann sich sehen lassen, man hat wieder viel gesehen, was gut läuft, fußballerisch läuft das richtig gut, wir machen mittlerweile auch unsere Tore, aber das tut es ja schon die ganze Zeit, dass wir diesen fußballerischen Ansatz wählen, dass das kombinationstechnisch auch richtig gut läuft, aber wie schon gesagt, wir sind auch immer wieder gut darin, uns hinten selber wieder ein Ei reinzusetzen. Das hat man auch heute wieder gesehen, absoluter Wahnsinn. Ich bin völlig am Ölen, völliger Wahnsinn, was da heute wieder passiert ist. Ja, 3-0 führst du nach 46 Minuten auf Schalke, ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass es dann so läuft, weil Schalke, auch wenn sie in der letzten Saison echt phasenweise mit einem Bein in der dritten Liga standen, also so ging es zumindest vielen Schalke-Fans, ich habe da nie so wirklich dran geglaubt, aber bei Schalke musste man auch in der letzten Saison, gerade in der Rückrunde auch immer sagen, das Faustpfand von denen waren einfach die Heimspiele, die haben ja meistens dann immer auswärts reingeschissen, aber ich meine, seit Januar haben sie kein Heimspiel mehr verloren gehabt, also da einen Dreier mitzunehmen, das ist jetzt nicht ganz so einfach und ja, trotzdem ist es uns am Ende des Tages gelungen mit, was war das jetzt am Ende, 9 Minuten Nachspielzeit, mein lieber Mann, ja. Zur Ausstellung, es gab eben eine Veränderung, Heinz eben für den erkrankten Hübers mit dabei, Thielmann heute mit der Kapitänsbinde und zum Spiel kann man sagen, wir, ja, wieder frühes, hohes Attackieren, wie ich fand, entweder im 4-4-2 oder dieses 4-2-2-2, ja, wenn man es so nennen will, allerdings hatte Schalke immer wieder Räume, wenn sie es geschafft haben, diese Pressing-Linie zu überspielen, ne, und es war ein offeneres Spiel als in den Spielen zuvor, das war aber auch zu erwarten, wir hatten aber die qualitativ hochwertigeren Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, was auch der Goalswert beweist, in der Halbzeit waren es 2,08 zu 0,3 für uns, allerdings Schalke auch immer wieder nach vorne gefährlich, wenn man nämlich auf Ballberührungen im gegnerischen Strafraum draufschaut, dann ist es nicht ganz so klar, da ist es nämlich ein Wert von 16 zu 13 für uns, ne. Schnelles Spiel auf beiden Seiten, wie ich fand, wildes Spiel phasenweise und Mittelfeld immer sehr, sehr schnell überbrückt worden, von beiden Seiten auch und Schalke immer wieder gefährlich über die linke Seite, beziehungsweise unsere rechte Seite, weil Thielmann häufig dann, gerade in der ersten Halbzeit, falsch stand, zu langsam war, nicht hinterhergekommen ist, das war in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr auffällig, es gab mal in der Szene, das müsste so 39. Minute gewesen sein, wo Seguin auf der linken Seite dann gut gefühlt eine halbe Stunde Zeit hat, sich den Ball da zurechtzulegen, fast stehen zu bleiben, nach oben zu gucken und in Ruhe den Ball rein zu flanken, die dann aber trotzdem nichts geworden ist und irgendwann, 5 Minuten später, kommt Thielmann dann auch mal in diesen Zweikampf. Aber wir auch immer wieder gut mit starken Steckpässen immer gut hinter die letzte Kette gekommen, immer wieder einige Spieler, es ist völlig egal, wer, ob es ein Downs ist, ein Lempale ist, ob es ein Miner ist, ein Jubecic, die dann immer wieder diese Tiefe anbieten, immer wieder diese Laufwege anbieten hinter die Kette, die wir dann immer wieder gut bespielt haben, dass mal so ein paar Dinge, die mir so in der ersten Halbzeit aufgefallen sind. Dritte Minute, Schalke hatte die erste große Chance, das war nämlich so dieses überspielte Pressing von ihnen, Paccarada auf der linken Seite, der sich dann zu weit locken lässt, dann kommt ein langer Ball auf Silla, oder Silla, der schickt dann Mohr, Pauli rutscht dann glaube ich noch weg und Ube kann ihn aber dann noch parieren, das war so die erste Chance für Schalke 04, siebte Minute dann wir, Damien Downs mit der ersten Chance, Schalke will kurz hinten rausspielen, Lämperle, der da so dazwischen spritzt, Ubecic spielt dann auf Downs in die Tiefe, aber Hekerin kommt dann sehr schnell raus und kann dann entscheidend parieren, also da hätte es auch schon 1-0 für uns stehen können und da haben wir uns auch schon bei uns in der Gruppe mit Taubi und so gedacht, mein Gott, Downs, jetzt wird es aber langsam mal echt Zeit, du hast ja so das Tor verdient, weil du eigentlich so viel richtig machst, so viele Laufwege und kluge Laufwege anbietest, ja, wird dann langsam mal Zeit für dein Tor und ja, 18 Minuten später war es dann soweit, Damien Downs macht sein Tor und ich dachte mir nur so, oder wir auch alle in der Gruppe, Grüße an Taubi unter anderem, geil, endlich macht der Junge sein Tor, ja, weil auch viele schon gesagt haben, ah, Downs, das ist nix, der sollte vielleicht dann doch wieder von der Bank kommen, da sollte mal jemand anders vorne spielen und ich und auch viele andere nicht müde geworden sind zu sagen, der kommt noch, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sein Tor macht, weil er halt auch sehr viel mitspielt, weil er sehr viel arbeitet, sehr viel, sehr viel, ja, sich versteht, auch mit Lämperle, mit Meiner, mit Doppelpassspielen und Fußballspielen an sich und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er sein Tor macht und in der 25. Minute war es dann endlich soweit. Ich glaube, war ein langer Ball von Hekerin, ja, Heinz, der dann diesen langen Ball verteidigt, der Ball kommt auf Hussein Badzic, der den irgendwie aus der Luft dann weiterleitet zu Jubicic, der läuft dann los, könnte schon selber schießen, legt den aber nochmal quer und Downs nimmt den ganz trocken direkt und schießt den Ball dann ins Tor zum 1 zu 0. Endlich, endlich, Damien Downs mit seinem so verdienten Treffer. Ja, und in der 45. Plus 1, war es dann Linden Meiner, der sein Tor gemacht hat. Eigentlich ein Angriff von Schalke, den wir verteidigt bekommen, dann Thielmann und Martel in der eigenen Hälfte, eigene 16-Meter-Kante ungefähr, mit einem Doppelpass, dann ein super Ball von Thielmann in die Tiefe, ja, war ein super Ball von Thielmann, auf jeden Fall, man muss aber auch fairerweise auf der anderen Seite sagen, das war jetzt auch alles andere als gut verteidigt von Schalke, also so ein Ball darf dann trotzdem niemals ankommen, er ist aber angekommen, kann uns ja dann auch egal sein und dann waren es glaube ich Meiner, genau, mit Downs im Doppelpass, weil Downs dann eben diesen Laufweg mitgemacht hat, Downs liegt dann quer auf Linden Meiner und du hast dir schon gedacht, als Meiner dann so am Torwart hängen geblieben ist, scheiße, das wird wieder nichts, wieder eine vergebene Chance, aber irgendwie ging der Ball dann trotzdem durch, es war noch eine Diskussion, war das jetzt Handspiel, war es doch Oberschenkel, ich habe es jetzt auch nicht 15 Mal gesehen oder so, wurde dann auch überprüft, ja, ein bisschen Dusel oder sehr viel Dusel mit dabei, sehr viel Glück mit dabei, ja, Meiner schiebt dann dann zum 2 zu 0 ein, weil ich glaube, Kissé in der Mitte dann auf der Linie, den dann Ball dann auch nicht mehr verteidigt bekommt und so stand es dann eben zur Halbzeit 2 zu 0 für unseren 1. FC Köln, ja, sah offensiv ganz gut aus, hinten gegen den Ball hatten wir dann tatsächlich so, wie ich fand, das Glück, dass Schalke nicht mehr draus gemacht hat, also sie kamen immer wieder gut nach vorne, alleine dreimal über die linke Seite beziehungsweise über unsere Thielmann-Seite, 13 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum, aber sie haben dann einfach zu wenig draus gemacht und deswegen hatten sie auch so einen geringen XG-Wert, da hatten wir dann schon so ein bisschen dieses Glück, dass sie da einfach nicht mehr draus gemacht haben, ja, aber so eben 2 zu 0 zur Halbzeit und dann haben wir uns dann nur gedacht, okay, hoffentlich spielen wir das jetzt so weiter, hoffentlich können wir das jetzt so weiterspielen und in der 46. Minute dann Lämperle mit einem absoluten Monster-Tor oder der Angriff war eigentlich absoluter Killer, durch und durch brutaler Angriff habe ich hier notiert, ja, Doppelpass-Downs mit Lämperle, da sieht man einfach, wie gut die miteinander kombinieren, wie die Bock haben zu spielen, ja, der Ball geht dann links raus auf meiner, Paccarada, der dann überläuft, den Ball dann in die Mitte spielt beziehungsweise so quer in den 5 Meter, Raum spielt und an den zweiten Pfosten spritzt dann Lämperle ein zum 2 zu 0, sah erst nach Abseits aus in der Wiederholung, war es dann aber doch nicht und dann konnten wir uns freuen, 3 zu 0 und dann kam die 65. Minute und dann kam Elfmeter und dann kam Karamann und das meine ich dann genau damit, dass wir auch immer wieder gut sind, uns selbst da wieder hinten ein Ei reinzulegen, weil das einfach wieder so ein absolut dummer Elfmeter war, schuldige, dass ich das so sagen muss, Younes, der den Ball im Strafraum hat, der geht ja eigentlich aus dem Strafraum raus, also ist ja nicht so, dass der Zug zum Tor hatte, sondern er geht ja eigentlich aus dem Strafraum raus und trotzdem stempelt Husen Basic ihn, hätte wahrscheinlich in der Szene einfach gereicht, ihn zu begleiten, mitzulaufen, ja, nein, er stempelt ihn, er fällt, klarer Elfmeter, ja, und Karamann macht ihn rein, da steht es 1 zu 3, ja, und dann gab es da noch was Erfreuliches, nämlich das Profidebüt von Elias Bakatukanda, erzwungenermaßen, weil Dominik Heinz sich wohl verletzt hat, gezerrt hat oder so, hat noch ein bisschen auf die Zähne gebissen, aber musste dann letztendlich runter, sodass Elias Bakatukanda sein Profidebüt feiern konnte, hat sich auch eine gelbe Karte abgeholt, aber mein Gott, erstes Spiel, so von der Bank aus, ja, da wird er eben noch die Erfahrung sammeln, freut mich aber trotzdem, dass der Junge endlich, endlich, endlich sein Profidebüt für unseren 1. FC Köln feiern durfte, Elias Bakatukanda. So, dann 74. Minute und da bin ich ja fast geplatzt, ne, also vermeintlich Tor durch Mohr und das war durch und durch komplett schwach verteidigt, ne, das ist doch das, was ich meinte mit Arsch auf Grundeis gegangen, weil gerade so diese Phase, wo dann so das 1-3 fiel, ähm, so die letzten 20 Minuten rum, ähm, hat uns so komplett der Zugriff gefehlt, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, wir kamen dann irgendwie so gar nicht mehr in die Zweikämpfe rein, ähm, Spieler von Schalke, gerade Junis, haben dann genug Zeit, sich im Mittelfeld aufzudrehen, da ist dann auch kein Druck mehr da gewesen, wir haben keine Umschaltsituation mehr hinbekommen, schnelle Ballverluste, alle zweiten Bälle auf einmal bei Schalke, also da hatte Schalke eine richtige Drangphase, ich weiß nicht, woran es lag, ob man sich zu sicher war, ja, wir führen hier 3-0 oder 3-1, das wird schon, gut gehen, wir können jetzt alle ein bisschen weniger laufen oder alle ein paar Prozent weniger machen, ist ja auch schwer warm draußen und so weiter, ich weiß nicht, was der Grund war, ähm, aber das hätte auch nochmal ganz kitzelig werden können, wenn dieses Tor von Mohr gezählt hätte, äh, Junis, der das eben einleitet, der sich dann da wunderbar aufdrehen kann, den Ball dann, äh, vertikal in die Mitte spielt, der wird dann abgelegt auf links, ähm, auf Schalkes linke Seite und irgendwann kommt dann der Ball zu Mohr, der den dann letztendlich ins Tor einschiebt, aber dieser Pass von Junis auf, ich weiß nicht, wer es war, war es Karamann, der in der Mitte stand, ähm, das war dann minimal abseits und das ist dann eben so dieses Quäntchen Glück, was dann eben heute auf unserer Seite war, einmal mit Lämperle für uns und einmal dann bei Mohr ebenfalls für uns, äh, doch abseits. Wow, wow, ähm, ja, insgesamt 3-1 gewonnen, können wir uns alle freuen, ähm, Angriff mit Ball, das sieht immer besser und besser aus, aber wir spielen ja schon die ganze Zeit, äh, richtig guten Fußball, wieder ein XG-Wert von über 3, ich glaube, das ist schon das dritte Mal in dieser Saison, also Fußballerich echt immer besser und besser und besser, Jungs, die immer mehr Tiefe anbieten, die Laufwege stimmen und so weiter, aber gerade, wenn es dann darum geht, dann, äh, kompakt zu verteidigen, das, ähm, ja, war dann jetzt, äh, nicht ganz so einfach, gerade so die letzte Phase des Spiels und, ähm, dass wir dann immer wieder gut sind, uns hinten dann wieder selber einen reinzulegen, ja, sieh, Elfmeter, das sind dann immer noch so Sachen, an denen wir auf jeden Fall mal arbeiten könnten, müssten in der, äh, Länderspielpause und was ich nicht verstanden habe, so zum Abschluss, warum der dann Steffen Tigges wieder eingewechselt hat, ich will jetzt gar nicht schon wieder auf Tigges rumreiten, aber, jetzt mal ernsthaft, äh, Lämperle, der wohl nicht mehr konnte oder so und dann bringt er dann, waren das letzten zwölf Minuten Steffen Tigges, gerade in dieser Phase, wo Schalke halt diesen Druck gemacht hat, wo wir dann gar nicht mehr so wirklich rauskamen, zum Ende hin haben wir es dann wieder verteidigt und, äh, äh, runterspielen können, zum Ende, ja, ähm, aber das war genau die Phase, wo Schalke so diesen Druck gemacht hat, da habe ich dann nicht verstanden, warum bringst du dann nicht so ein Obutz, zum Beispiel, um Umschaltsituationen kreieren oder Olissen, um das Mittelfeld zu stabilisieren, weil in der Situation dann Tigges zu bringen, ähm, habe ich nicht ganz verstanden, was das sollte, war auch schon in dem Spiel, was war das, Sandhausen, glaube ich, der Fall, warum du im Stand von 2 zu 1 für uns dann Tigges vorne bringst, ähm, weil das ist ja jetzt alles, aber keiner, mit dem du jetzt irgendwie ein Umschaltspiel kreieren kannst oder ein Konter setzen kannst, ne, aber gut, am Ende des Tages, schönen Sonntag, will jetzt gar nicht zu viel quatschen, bis dahin, euer Pierre, ciao, ciao.